Mein Vater hatte beschlossen, mich Eddie zu nennen. Eddie, inspiriert von diesen ganzen amerikanischen Fernsehserien, die er immer sah. Eddie Bell Girl. Für einen Mann ist Brutalität etwas Selbstverständliches, etwas ganz Natürliches. Und mein Vater, der ist halt brutal wie alle Männer im Dorf, vor allem wenn er betrunken ist. Im Dorf kommt es nicht nur darauf an, selbst ein echter Kerl zu sein, sondern auch seine Söhne zu echten Kerlen zu machen. Ich will weit weg von meiner Familie sein, weit weg von diesem Dorf. Ich will mein neues Leben fern von mir entwerfen. Ich will mein neues Leben fern von mir. cute